Blitzlichtgewitter für Bennifer. Sie waren der Hingucker bei den 78 Filmfestspielen von Venedig. Als Ben Affleck, 49, und Jennifer Lopez, 52, aufschlagen, bricht ein regelrechtes Blitzlichtgewitter los. Kein Wunder, es ist ihr erster gemeinsamer Auftritt auf dem roten Teppich, seitdem sie 2021 wieder als Paar zueinander gefunden haben. Im Video gibt es den Kuss und die süßen Bilder der beiden zu sehen. Brautpaarlook, fast könnte man meinen. Man sei auf ein Brautpaar getroffen. Nicht nur, weil sich Schauspieler Ben Affleck und Sängerin Jennifer Lopez dermaßen verliebte Blicke zuwerfen. Sondern auch, weil der Batman-Star in einem edlen schwarzen Anzug mit Fliege aufschlägt und seine Angebetete in einem weißen asymmetrischen Kleid mit Hammerausschnitt, das einem Brautkleid anmutet. Knutschen auf dem roten Teppich. Die Kameras und Fotografen haben die beiden Turteltauben ganz augenscheinlich ausgeblendet. Sie schmachten sich an, flüstern und kichern zusammen und ließ es es sich nicht nehmen, auf dem roten Teppich zu knutschen. Muss, wie der aufgewärmte, liebe schön sein. Von J. L. O. und Ben gab es nämlich bereits eine erste Episode ihrer Liebesgeschichte. Damals war er von 2002 bis 2004 mit der Sängerin und Schauspielerin zusammen. 17 Jahre später haben die Wege der beiden Hollywood-Stars wieder zueinander gefunden und genießen nun ihr Liebes-Revival, wie zum Beispiel beim Turtelurlaub auf Capri.